Auf, auf! Auf! Na gut. Hier hinten und dann an dem Gebäude rechts dann drum rum. Auf, auf, los! Die Rote runternehmen. So, wir haben es jetzt. 10.22 Uhr. Okay, die Flagge ist unter und wir können jetzt rein. Ich gehe hoch, bleibst du hier und darfst nachher drüben mit auf. Die sind da drüben drinnen. Ne, dann sind wir nämlich raus, wir müssen halten, damit wir die Punkte kriegen. Wir müssen so lange wie möglich halten. Und wenn wir vor uns hier eine Flagge genommen haben, dann können wir vorräglich versuchen, uns die zurückzuholen. Aber eher nicht, keine Risiken eingehen. Geht man? Ja. Warte mal, dass du dich mal zurückzuholen hast. Oh, das Tragenau, den brauchst du eigentlich nicht beschießen. Ne? Ja, weil der ist unsterblich. Aber wenn der kommt, sollten wir uns verpissen. Hat mal O-Glaub. Ja, das ist ein Hochschlag. Okay, los. Dann komm, los. Dann komm, los. Dann komm, los. Dann komm. Achtung, viele von rechts. Raus hier, raus, raus. Oh hässlicher Penner. Hast du keinen Funk? Ja. Wir brauchen den Schlüssel. Für dich, Tasche, wir haben aber aus dem Ziel gesichert und kriegen die Tasche nicht ab. Willi! Darf ich hier einsteigen, Willi? Hier bei dir. Guter Freund, du bist hiermit wiederbelebt, darfst du wieder los? Hinten ist Reut. Jetzt rüber in den Häuschen. Erst deine Knarre sind es hier, oder? Die Katschakana sind doch bei uns. Sehr gut. Der Rest, ich bringe die Sporttasche mit und wir gehen halt. Wenn die Leute hinterher sind, ist er weg. Letzte Fenster, linke Seite. Letzte Fenster, linke Seite, guck mal. Ihr seid ab, oder? Ja. Ist hier überhaupt noch irgendein Widerstand? Überhaupt noch irgendein Widerstand? Hinten am Fenster zwei Mann. Also auf der Stirnseite. Wo ist denn der Tom? Was war denn hier oben? Da oben oben. Tom? Patrick? Ja? Ich bin hier oben. Ich habe Kontakt vom Wald gehabt. Kontakt vom Wald gehabt. Die sind wahrscheinlich weitergezogen. Wir sind hier oben. Wir sind hier oben. Wir sind hier oben. Wir sind hier oben. Wohin hin? Da dritten raus. Hinten raus? Ja. Rechts ist Blau. Bei der Pfanne. Welche Pfanne? So. Bei der Pfanne. Gerade in ihn reingegangen. Der hat mich aber nicht gesehen. Okay. Hier sind mehrere. Die haben einen Juggernaut. Ach, scheiße. Mehrere. Leute, geht noch ein bisschen nach rechts. Jungs. 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 Hier drüben ist ein Juggernaut mit Team Blau. Wollen wir uns sonst oben ins Haus erstmal vercampen und die von oben beschießen? Hinten. Hinten. Sehr gut. Patrick. Schagernald kommt. Schagernald kommt. Direkt auf Holz. Oh, Prost. Schagernald kommt hier direkt an der Ecke. Pass auf, da kommt er hier rum. Bist du mit mir oder gegen mich? Er sagt nicht. Ja. Wie sieht's aus? Was darf gerade aus? Das ist nicht mehr gesehen. Tür. Tür. Schagernald. Scheiße. Ah. Jetzt haben wir versucht auf den scheiß Dreckplatz zu kommen. Ja. Aber das ist Blau rein halt, deswegen. Das war halt sehr komisch. Kannst du uns eintragen gehen? Das ist 11.43 Uhr jetzt. Ich komm mit. Das Schuss aus Haus 9. Linkes oberes Fenster. Da fliegen ist oberes Fenster. Geh gleich um die Ecke, um die Ecke. Achtung, Haus 11. Zwei Mann. Direkt nach. Drittes oder vieres Fenster von uns schon hier. Die sind genau vor uns. Achtung, dort. Auch. Gegner. Was läuft das? Passt auf rechts auf. Hier im Deckel. Kannst du hinterm wiederholen? Hier. Was kommt denn zu mir? Fuck nicht, das geht nicht. Achtung, drüber! Achtung, drüber! Hä? Gibt's da? Einen anderen. Wunten wir dann. Häh? HIT! HIT! Wir brauchen jetzt noch rein Oh, sorry! Ja Ja HIT! 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 Ich bin raus HIT! HIT! Vielen Dank.